Sie fallen vielleicht nicht mehr raus, doch schon mal von einer Wasserwaage gehört? Das muss sie gerade sagen! Die neunerste Tür öffnen kann, wo sie durch den Spalt greifen kann. Was ist das hier? Ein schmutziger Lappen. Hauptsache, sie nimmt einen schmutzigen Lappen mit. Bin mal gespannt, wofür sie den braucht. Oh, die Tasche! Ich komme nicht heran! Kann die überhaupt was? So behebe ich die alte, ne? Das ist unfassbar. Kann ich jetzt hier mit dem Dichtungsring irgendwie was machen? Ah, ja. Wenn ich nur das Ventil drehe, brauche ich gleich einen Mob. Das ist nicht nötig, ist bereits offen. Okay, jetzt brauchen wir bestimmt die Tasse, ne? Kann das sein? Ja! Können wir ein Wasser geben? Sehr schön. Du hast ja etwas Nützliches gefunden. Tasse mit Wasser. Ich habe ihn auch gefunden, aber selber gerade eingegossen. Ähm. Ich stelle mal lieber das Wasser aus. Besser ist es. So, das heißt, wir können jetzt erstmal zu ihm. Ihm Wasser geben, weil dann trinkt er erstmal ein bisschen was. So. Äh. Äh. Detektiv. Es ist du. Du bist noch... Du bist noch... Danke. Danke. Äh. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich habe nicht viel Zeit. Hör. The truth is not what it seems. Take the bag I tried to give you. These old files will make you understand. Don't waste time on me. You have to rescue Kate before it's too late. And save yourself. Nein, nicht hier. Nein. Nicht wieder. Ich muss gehen. Er ruft mich. 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 Viel Spaß beiseite. Wir haben einen neuen Hinweis. Lass ich mal hier. Wir brauchen das Mäppchen hier oben. Guck, wie sich der bewegt da unten. Was haben wir denn jetzt alles? Oh, wir haben ein neues Wimmelbild hier. So. Kopftuch, Schnecke, Reißhahn, Unterrock, Billardköp. Das ist der hier. Schlange ist hier hinten. Das habe ich auch schon gesehen. Sperling, Katze. Das ist keine Katze, das ist ein Waschbär. Ähm. Topfhandschuhe habe ich schon gesehen. Das ist hier unten. Hier oben hinter meinem Gesicht ist schon mal nichts. Unterrock. Wo ist denn bitte der Unterrock? Der Unterrock. Ähm. Oh, ich muss mal heben. Das hier oder das ist kein Unterrock? Das ist eine Hose. Also. Eine Sperlingsschnecke ist hier. Das ist hier auf dem Briefkasten. Kork schwimmt im Wasser. Stimmt. Müssen wir gleich benutzen. Nochmal die Tasse mit Wasser. Da war der Reißzahn. Unterrock. Ist das ja Unterrock? Ne. Das hinter. Das ist ein Tuf. Das sind... Sperling, Kopftuch. Das ist... Ah ja. Ne, das ist ein Kopftuch. Das ist auch ein Halstuch, aber ist auch ein Kopftuch. Jetzt brauchen wir noch den Sperling und die Katze. Wo ist denn die Katze? Verdammt. Eine Katze kann doch nicht so schwer sein zu finden. Ah, hier. Auf dem Briefkasten war sie. Sperling. Wo ist der Sperling? Wo ist der verdammte Sperling? Sperling. Ich bin so doof, ne? War direkt vor meinen Augen. So, wir haben einen Billardkühl. Damit kriegen wir die Tasche. Wir gehen nochmal ins Badezimmer. Denn wir füllen nochmal die Tasse mit Wasser. Wir haben gar nicht mehr die Tasse mit Wasser. Jetzt einfach... Einmal ins Gesicht geschüttet. Und dann so... Brauche ich nicht mehr. Toll. Einen sauberen Lappen. Wir haben aber auf jeden Fall den Lappen jetzt gesaubert. Vor allem gesäubert. Ähm... Zumindest gibt es hier etwas, das nicht so aussieht, als sei es 50 Jahre alt. Das Klopapier. So. Ähm... Mit dem Billardkühl können wir da bestimmt die Tasche jetzt holen, oder? Ja. Alles klar, die Halenblätter fliegen ja immer weg. Wenn das nicht ein L-Times-Gust der Wind war... Wo ist denn jetzt... Hä? Wo hat's denn jetzt die Tasche hingetan? Okay. Hier war ja glaube ich jetzt nichts mehr, ne? Hier war es... Genau. Hier haben wir auch alles abgefrühstückt. Ja, wie soll ich denn hier... Kann ich den Lappen jetzt benutzen? Ne. Wir nutzen hier jetzt was anderes. Hm. Warum brauchen wir denn einen feuchten Lappen? Für ihn hier? Was ist mit ihm passiert? Was ist mit ihm passiert? Was ist mit ihm passiert? Ich muss gehen. Er kenne. Pfff. Entschuldigung. Ist das so... Ist das so dumm einfach? Kann man mit dem Lappen hier irgendwie die Säure irgendwie... Ne, ne? Ne, das funktioniert nicht. Das, äh... Oh. Einwürmelbild im Kofferraum. Hm. Haken und Seil. So. Haken und Seil. Maßband. Maßband liegt hier. Hab ich schon gesehen. Eiffelturm. Hab ich auch schon gesehen. Ist hier. Der Donut. So. Banane. Patronen. Und hier. Ein Kompass. Der Kompass. Der Kompass. Der Kompass. Tasche lag da. Achso, Tasche lag unten. Achso. Hab ich gar nicht gesehen. Ich war so fix jetzt. Ähm. Gehen wir gleich nochmal hin. Walkie Talkie. Hab ich schon gesehen. Es liegt hier. Kopfhörer sind hinten. Ist hier oben irgendwas hinter meinem Kopf bleiben? Da ist der Seil. Haken. Der Kompass. Wo ist der? Ah, hier ist der Kompass. Ja, alles. Ah, etwas Nützliches gefunden. Haken und Seil. So. Die Tasche. Da liegt sie. Tatsache. Ich erinnere mich nun. Nein. Du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Genau. Komm, ich sag mal eine Frau. Er hat die. 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 Er ist endlich vorbei. Jetzt. Hier. Gib das. Da wird links. Die Antworten. Auf die verbleibenden Räte. So, was haben wir denn hier? Mhm. Fallordner. Marple Creek. Die Akten sehen alt aus. Könnten sie eben gehören? Detective Hamilton? Wieder da unten am zappeln ist man die ganze Zeit. So, alles von dem alten Notizbuch übrig ist. Liegt hier noch mehr Zettel herum? Regelmäßig und niemals zu spät. Kein einziger... Was? Kein einziger? Ein Skelett. Was ist das hier? Ah. Okay, mehr ist ja aber glaube ich auch nicht zu finden in der Tasche. Was können wir denn jetzt mit den Reliefstücken machen? Ich glaube, ich weiß was. Ähm... Wir haben mehrere Sachen zu tun. Ich glaube, wir können jetzt den Haken verbinden. Kann das... So, hab ich das nicht in Erinnerung. Jemand war hier und hat die Leiche untersucht. Wahrscheinlich der dicke Nachbar von nebenan. Mhm. Ich kann es nicht länger ertragen. Ich war blind. Wie all die anderen. Ich sehe ihre Gesichter. Unablässig. Sie kommen aus der Dunkelheit. Sie schreien und schreien. Und ich sehe das Mädchen unter ihnen. Ich hätte helfen können. Thomas Walker. 10. Oktober 2011. Da juckt mir doch grad die Zwiebel. Ähm... So, warte mal. Dann machen wir mal hier eben das Seil dran. Geht das? Das geht nicht. Warum nicht? Kann ich hier das Seil benutzen? Warum macht der... Egal. Ich verstehe es nicht. So. Ähm... Gut. Dann gehen wir in die Kapelle. Puzzle. Ja. Hier in das kleine Kapelle. So. So. Und jetzt... Ähm... Oh Gott. Nein, ich würde gerne hier das haben. Das muss doch oben außen sein, oder? Das ist hier. Das ist jetzt... Das ist so... Das ist so... Das kriegt sogar der Flex hin. Das ist jetzt nicht so schwer. Das ist... Das kriegt sogar der Flex hin. So. Ich würde das auch super ein... Äh... So einrastet. Das finde ich schon mal klasse. So. Das muss dann... Irgendwo hier. Hier, glaube ich, muss das hin. Hier. So. Das ist hier irgendwo. Ja. Das müsste hier sein. Das kommt dann, glaube ich, hier irgendwo hin. Oder da. Oder da. Die Musik, ne? Ist ein Traum. So. Hammer. Es leuchtet. Ah. Es ist bestimmt für das Tor, ne? Denke ich mal, dass wir es brauchen. So. Ist da sonst noch irgendwas? Gehen. Oh, hier geht's weiter mit Wimmeln. So. Zweimal eine Segel, Rose, Herz, Uhr, Fächer, Nägel, Schmetterling, Tischdecke und einen Hammer brauchen wir. So. Was hier los ist in dem Dörfchen? Das ist ja unfassbar, ne? Die verlieren sogar ihre Gegenstände anstatt nur ihre Menschen. So. Schmetterling habe ich gesehen. Ähm. Segel. Hier, hier. Die habe ich schon mal. Tischdecke ist... Fächer ist da. Nein, das ist ein Regenschirm. Da war aber die Rose. Wollte ich gar nicht. Uhr. Da ist der Fächer. Nägel. Da sind die Nägel auf dem Teller. Das Herz. Ich habe doch ein Herz schon gesehen gehabt hier. Da oben. Ähm. Hammer. Da ist der Hammer. Jetzt fehlt nur noch die Uhr. Da ist die Uhr. Hinter meinem Gesicht gewesen. Ah. Hammer und Nägel. Kann ich hier die Hammer und Nägel benutzen? Nein. Geht nicht. Wofür brauchen wir den Hammer und Nägel? Was haben wir da aus? Wir haben ein Seil. Ah. Hammer und Nägel. Wir können zum Turm. Wir können die, äh... Die Leiter reparieren. Können wir mal machen. Jetzt wird es ganz bestimmt... ganz bestimmt jetzt, äh... nicht aushalten. Oh. Warte. Erstmal gucken. Kleine Glühbirne. Alles in dieser Stadt sieht heruntergekommen und verlassen aus. Oh, wie süß. Der Vogel. Ich habe es nicht erwartet. Ich möchte bohnt. So. Was haben wir denn hier? Hm. Ja. Sieht aus. Sieht alt aus. Doch das Münzfernerrohr könnte noch funktionieren. Ja. Wir schauen mal da... Achso. Ich muss die Linse reinigen. Aha. Jetzt macht es Sinn. Was? Ich brauche zunächst Reinigungsmittel. Äh... Ernsthaft? Okay. Ich glaube wir werden... Guck mal. Hast du gesehen? Da war schon wieder der Vogel. Guck mal. Das Mysterium ist gelöst. Es ist der Vogel. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Oh, warte mal. Da liegt was. Haben wir das vorhin übersehen? Ähm... Das Geheimversteck. Ähm... Behält sie das Foto? Eine offene Box und der Code ist sichtbar. Haben wir das... Ah, cool. Okay. Ähm... Detective... So. Da habe ich noch kein Dings für. Das ist hier... Hä? Das ist das Schreiben für Opfer oder nicht? Dann nicht. Dann nicht. Okay, das mit dem... Okay, brauche ich mich nicht aufschreiben. Ich dachte, ich müsste mir den Code aufschreiben, weil... Den Code... Weil, ähm... Der Prediger. Die Einwohner halten großes Stück auf dem Prediger. Doch mir bereite er unbehagen. Jemand dachte sicherlich, dass der Prediger einen genaueren Blick wert ist. Wer liegt denn das auf einmal hier hin? Das lag doch vorher nicht da. Ja... Verstehe ich gar nicht. Ähm... Wir haben jetzt... Ich würde gerne mal gucken, ob wir das... Ob wir aus dem Zimmer rauskommen mit dem Seil. Ob das geht. Das ist meine Evidenz-Wall. Aber das ist nicht meine Handwriting. Wie das reingefahren kommt immer... Jemand war in meinem Zimmer und hinterließ mir eine Nachricht. Die Glocke. Detective. Triff mich anschließend bei der Statue. Die Glocke? Ihr sch... Was? Ihr Schlag lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Irgendwas an diesem Ort stimmt nicht. Statue? Was könnte das sein? Wenn ich diesen Mann finden will, muss ich wissen, was diese Statue ist. Ich muss ihn treffen. Wer ist er? Was fühlt... Was führt er im Schilde? Oh! So. Die Glocke. Das muss hier... Der Prediger passt doch super zur Glocke, oder nicht? Okay. Da müssen wir mal weiter gucken. Ähm... Oh, der Vogel! Ist ein anderer wie vorhin. Ah, jetzt geht das. Ich frage mich, wer den Ball hier gelassen hat. In der Pension gibt es selten viele Kinder. Oh, ein neues Wimmelbild. Gartenzwerg. Trichter. Frosch. Bauer. Schwein. Brecheisen. Schraubenzieher. Nummernschild und Blumenzwiebel. Ähm... Ja. Nummernschild ist hier. Ein Trichter... Ist hier. Ein Schwein. Hier. Ein Frosch. Da. Ein Bauer. Wahrscheinlich vom Schach, denke ich mal, dass es ein Bauer ist vom Schach. Hier ist das Schachbrett. Ein Gartenzwerg. Habe ich gerade, glaube ich, schon gesehen. Schraubenzieher ist hier. Blumenzwiebel ist hier. Brecheisen. Breche... Da ist Brecheisen. Da ist der Gartenzwerg. Jetzt brauchen wir noch den Bauern. Wo ist der Bauer? Ist der hier oben? Nein. Bauer beim Kürbis. Mit der Kapp... Mit der Käppchen. Ah, hier. Tatsache. Dankeschön. Sehr schön. So, Brecheisen gefunden. Uh. Damit können wir die Bretter lösen in einem Raum. Aber ich würde gerne erstmal hier nur so ein bisschen hier umgucken. Vielleicht finden wir ja etwas Interessantes. Was ist denn hier? Vom Friedhof. Was könnte das sein? Dies muss während des Sturms vom Balkon gefallen sein. Ich sollte sie vor mir besser merken. Keine Ahnung, was das ist, aber egal. Es scheint eine Wäscheleine gewesen zu sein, als der Sturm hier reinbrach. Verschlossen. Der Schlüssel muss irgendwo im Haus sein. Ganz ehrlich. Das hier ist ein Zaun. Ein Zaun, der vielleicht gerade mal... Hast du gesehen? Da guckt einer drüber. Meter hoch ist. Ja, da kann man einfach drüber klettern. Nein, wir brauchen Schlüssel. Sonst kommen wir nicht auf diese Straße. Das ist so... Furchtbar! Wie komme ich hier wieder... Wie komme ich hier wieder hoch? Achso. Ähm... Wir brechen mal die Bretter auf. In dem einen Raum. Er ist weg. Ich verstehe es nicht. Der Mann war schwer verwundet. Okay. So, ähm... Dann gehen wir mal rein. Äh, hier. Brechstange. Diese Animation. Gehen. Leichen im Keller und so viele. Mh-hmm. Ein... Smith, Emily B. Das Rätsel ist gelöst. Das war das Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. So. Emily Smith, das Mädchen aus der Zeitungsartikel. Sie verschwand nicht. Sie wurde ermordet. Neue Schlussfolgerung. Aber sie war nicht die... Sie ist nicht... Sie ist ja nicht die Einzelste. Es sind noch mehr. Sie hat einfach von einer Kette um, die wir einfach mal klauen. Pff. Pff. Entschuldigung. Ist die krasse Schmunzeln. Es ist echt... Das Spiel ist cool. So. Neue Hinweise. So. Pff. Emily Smith, das Mädchen aus dem Zeitungsartikel. Vor 30 Jahren. Vermund, 14. 14. Juli. 1800. Ihr Leichnam liegt in der Kapelle unter dem Fußboden zusammen mit vielen anderen. Nur Mörder verstecken Leichen im Keller. Sie müssen alle grausam umgekommen sein. Die Frage ist... Wer ist der Verdächtige? Und wer ist der Mörder? Ich verdächtige einfach mal. Anscheinend hat Hamilton den Prediger im Visier. Ist er derselbe Mann wie auf dem Foto? Wer sonst hätte die Leichen in einem komplizierten Schloss gesichert? Äh, in der Kapelle? Vergraben? Au. Mich huckt's gerade. Das genügt, um den Prediger zum Hauptverdächtigen zu machen. Ich brauche Beweise. Etwa die Mordwaffe. Der Prediger ist mein Hauptverdächtiger in... Was? Ich muss ihn finden. Er hat oberste Priorität. Er scheint nicht in Marble Creek zu sein. Hm. Verstecktes Verdächtigen. Nein. Ich krieg das. Nein. 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 Was war denn das mal für ein Zettel? Ach so, okay. Ja, lassen wir mal hier liegen. So, das könnte natürlich das Versteck sein. Wir müssen mal schauen. Noch nicht ganz sicher. Was wollen wir denn jetzt? Okay, wir können eigentlich auch nochmal zur Tür gehen. Wir haben so viele Sachen, meine Güte. Ich würde gerne nochmal zu dieser Tür, zu dieser ominösen Tür gehen hier. Kann ich denn hier jetzt irgendwas machen eigentlich? Okay. Reinigungsmittel brauchen wir auch noch. Ah, hier fehlt auch nochmal, ne? Okay. Das wird wahrscheinlich eben das Master-Rätsel also sein. Ähm, wir haben eine Kette. Also einen Anhänger. Wir haben eine Gartenschere. Metall-Relief. Ah, warte mal. Haben wir doch. Passt doch genau hier rein. Oder müssen wir hier oben noch irgendwas machen? Okay, ich glaube, wir müssen hier noch, ich glaube, wir müssen noch irgendwas hier hinzufügen. Wir haben wahrscheinlich noch nicht... Oh, warte mal, da liegt irgendwas. Wir haben wahrscheinlich hier noch nicht alles. Detektiv, äh, Detektiv, äh, Detektiv Richard Hamilton, Fall 10, 39. Ähm, Beschreibung. Notiz Emily Smith, 23, ging im Wald von Marple Creek spazieren. Verließ das Haus am 3. Juni 1980. Eine Serie von Entführungen. Vermute, dass sie ums Leben gekommen ist. Wahrscheinlich. Alle Opfer sollen Beweise sammeln. Emily Smith in Marple Creek verschwunden vor 30 Jahren. Neue Schlussfolgerung verfügbar. Ja, der Ordner muss Detektiv Hamilton gehört haben. Auch er suchte nach der Vermissten in Marple Creek. Wenn ich die, seine Notiz folgen, könnte ich dem Ganzen hier auf die Spur kommen. Fünde Kate, bevor es zu spät ist. So. Okay, ähm... Wir haben eine Gartenschere, wir haben einen Lappen und wir haben einen Anhänger. Ich frage mich, ob wir das irgendwo nutzen können. Ich schaue nochmal eben. Ist hier nochmal irgendwo ein Wimmelbild? Ich kenne vielleicht nochmal ein neues Wimmelbild. Der liegt immer noch hier rum. Okay, hier ist keins. Hier auf dem Klo war hier ein Wimmelbild? Ne, ne? Aus dem Fenster können wir auch nicht mehr gucken. Äh... Jaaa... Nein. Ich frage mich, wofür der Aufziehschlüssel ist. Ist hier vielleicht nochmal irgendwie was? Ich gucke nochmal. Nein. Das habe ich gerade gesehen an diesem Tor, aber ich habe auch keine Ahnung, ob wir das Sprechen brauchen. Da war das... Da war das... Da war das... Da war das... Was denn... Warte mal, wo ist denn... Gartenschere und Anhänger? Haben wir hier drin noch was? Leicht nun. So. Ja. Ah, warte mal. Können wir hier jetzt irgendwie... Nein. Das geht alles nicht. Okay. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich gehe nochmal zur Tankstelle. Gucken wir mal, ob wir vielleicht an der Tankstelle mal irgendwas übersehen haben. Jetzt vielleicht, dass wir jetzt irgendwas machen können. Hier irgendwie so... Nein, wir brauchen auch unbedingt eine Karte, weil sonst können wir ja durch den Wald nicht gehen. Hat sie ja gesagt. Hat sie gesagt. Es gibt keine Zeit für scenic Hikingtrails jetzt. Ich gehe nicht wo, ohne eine Karte oder... Die Karte sind schön. Ja, ja. Ich gehe nicht wo, ohne eine Karte oder... Die Karte sind schön. Aber erst muss ich wissen, woher zu gehen. Okay, wir verlaufen uns die ganze... Ja, ja, ja. Oh, hier oben ist ein Zettel. Diese Zweige sind zu hoch, um den Zettel zu holen. Ernsthaft. Die Statue. Natürlich entstand... Oder... Was ist entstanden? Oder ein Monument? Hä? Oder können wir vielleicht doch Wasser an der Tür schon machen? Aber ich glaube... Aber ich glaube... Hm. Eisene Hände halten den Ring im Zaun. Ne. Ich kann hier noch nichts tun. Also hier ist noch... Schicht im Schaft. Die Ringe kann ich auch nicht drehen. Ich muss die bestimmt nachher drehen oder so. Also hier ist noch nichts. Was denn... Übersehe ich irgendwas? Ich habe... Okay, hier haben wir alles abgefrühstückt. Wir können auch nicht mehr ins Auto. Das Einzige ist die Batterie. Aber... Können wir mit der Batterie irgendwie mit den Dings abklemmen? Huhuhuhu. Ne, das geht nicht. Hätte ja sein können. Das Auge. Ja. Hm. Sein Haus. Das Einbrechen. Dieses Haus ist irgendeiner Weise... Irgendeiner Art und Weise wichtig. Oh. Okay.